Das ist der Mann mit dem eisernen Kinn. Er wird Ihnen einmal zeigen, was er alles auf seine Kinnspitze im Balancieren klang. Er nimmt Gewichte auf den Kinn bis zu 1 Zentner. In der Fall gesehen, Donald Fredo, der Mann mit dem eisernen Kinn. Bitteschön. Das ist der Mann mit dem eisernen Kinn. 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 Was ist denn da los? Was machst denn du da jetzt? Hey, was machst du denn? Was? Was hast du denn vor? Da oben sitzen? Und ich soll dich balancieren? Ja. Das geht doch gar nicht. Ja. Das geht? Ja. Ja? 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 Ja, aber wenn, dann nicht so. Das ist nicht so gefährlich. Nein. Schau mal her, Schatz. Komm her. Dann machen wir das so. Ja? Ja. Dann setz ich mal schön hin. Hast du überhaupt keine Angst? Was? Keine Angst? Nein. Okay, gut. Dann halte ich schön fest. Ja? Best halte. Den Kopf nach oben und die Nase nach unten. Richtig. Okay, fertig. Ja, das geht doch gar nicht, oder? Doch. Okay, fertig. Schön hinsetzen. Nicht so gemütlich. So, festhalten. Mehr legen, das geht gar nicht. Komm her. Hier schön festhalten. So. Schön gerade hinsetzen. So. Und fertig. Los geht's. Wir haben es am liebsten. Wir haben es am liebsten. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.